Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Meine kleine Schwester Liv ist ziemlich stark. Ich bin aber natürlich stärker. Hier sind wir alle zusammen, die bezaubernde Familie. Unser Leben ist ein Abenteuer. Meine Lieblingstemperatur ist minus 25 Grad. Auf meine Hunde kann ich mich verlassen. Ich kenne sie seit ihrer Geburt. Sie gehören zur Familie. Ich habe einen Traum. Und diesen Winter trainiere ich dafür. Für mein erstes großes Hunderennen. Da darf ich dann ganz alleine draußen übernachten. Nur ich und meine Huskys. Es gibt ja nur ein kleines Problem. Die lange Reise von Kanada nach Alaska. Ehrlich, das konnte keiner ahnen, was dabei alles passieren würde. Ich mache mir nichts vor, aber ich gebe auch nicht auf. 3, 2, 1 Ehrlich, das war's, war's, war's! Untertitelung des ZDF, 2020